In der Stabi Lesen, Lernen und Arbeiten Möchten Sie im Lesesaal der Stabi in Ruhe lesen, lernen oder arbeiten? Unsere beiden Häuser sind an sieben Tagen die Woche geöffnet. In den Leseseelen haben Sie freie Platzwahl. Zugang erhalten Sie mit einem Bibliotheksausweis der Stabi. Sie können sich gern vorab online anmelden. Bei Ihrem ersten Besuch holen Sie dann nur noch Ihren Bibliotheksausweis ab. Oder Sie kommen zur Anmeldung zu uns und erhalten Ihren Ausweis direkt. Für Ihren Besuch bei uns haben wir noch ein paar praktische Tipps. Schließen Sie bitte Ihre Tasche ein, bevor Sie in den Lesesaal gehen. Unsere Schließfächer funktionieren in beiden Häusern mit ein oder zwei Euro-Münzen, einem Einkaufswagenchip oder mit einem eigenen Vorhängeschloss. Merken Sie sich bitte Ihre Fachnummer. Nicht alle Schlüssel sind nummeriert. Transportkabel stehen bei den Schließfächern für Sie bereit. Sie können auch eine durchsichtige Tasche verwenden. Bitte stellen Sie Ihre elektronischen Geräte laut los. Möchten Sie unser WLAN nutzen? Dann ändern Sie bitte zuerst Ihr Passwort zum Bibliothekskonto. Auch Eduroam steht Ihnen in der Staatsbibliothek zur Verfügung. An den Computerarbeitsplätzen in den Lesesälen können Sie recherchieren und Software zur Textverarbeitung nutzen. In beiden Häusern stehen Kopierservices zur Verfügung. Sie können die Scanner kostenlos nutzen. Für den Dateitransfer bringen Sie bitte einen USB-Stick mit. Arbeiten Sie lieber in einer Gruppe? Wir bieten verschieden große Gruppenarbeitsräume an, die Sie frei nutzen können. Ungestört und störungsfrei telefonieren können Sie im Haus Potsdamer Straße in unseren schalldichten Telefonkabinen. Eine befindet sich auf der Ebene der Cafeteria und eine weitere im Foyer im Erdgeschoss. Eine Pause können Sie in der Cafeteria verbringen, bei schönem Wetter, vielleicht auch draußen im Lesegarten vor dem Haus Potsdamer Straße oder im Brunnenhof unter den Linden.